Da sind wir hier in Grollenshausen, wo sind wir jetzt von hinten? Da braucht man so kleine Wege hinten lang. Direkt habe ich auch noch. Hier haben sie schöne Wiesen. Was? Lange. Die haben hier alle einen schönen Ausgang zur Wiese und zum Wald. Tatsächlich schon traumhaft hier. Kann man aushalten hier. Wenn nach dem Kimsig was baden gehen, besser geht es nicht mehr. Oh, jetzt sind wir wieder auf der normalen Straße. Wir haben eine Sperrung gehabt zwischen dem Staat und Grollenshausen. Aber wir wollten ja Grolleraus fahren. Da gibt es auch noch Grolleraus. Fangen wir mal Grolleraus gleich an. Werden wir schon sehen nochmal hinkommen. Da haben sie Fußballfeld. Ganz schöne Felder und Wiesen. Da haben wir auch noch Grollerausen. Aber es schaut jetzt noch nicht so aus. Jachten. Da kriegen sie Jachtschule hin. Ah, jetzt sind die ganzen Jachten da. Da wird es schon weitergehen. Das sind auch das so schöne Häuser, Dirk, an der Wiesen. Die haben sich das hier alle schon sehr schön gemacht. Doch. Komisch, dass jetzt hier wieder ganz vorher fahren muss. Warum musst du hier nicht? Weil wir sind nicht durchgekehrt. Ja. Auch nicht. Gibt es das. Da fahren wir halt vor. Ist mir egal. Jetzt sind wir hier einmal in Haldenshausen rumgefahren, am Chiemsee. Wir sind schon so oft hier gewesen. Die haben alle so schöne Balkone und Aussicht ab dem Chiemsee. Die Kirche ist auch im Dorf. Oder am Rand vom Dorf. Und jetzt sind wir. Durch Schlitze gibt es ja auch noch. Feuerwehr ist aufzuhalten. Alles da. Und das ist jetzt das von oben. Doch, der wird auch auf der Straße geschenkt. Na egal. So, jetzt sind wir. Fahren wir Richtung Seepruck.